Musik Guten Morgen auf Mein Schiff 1. Wir haben heute Sonntag, den 5. Januar 2014, es ist 6.33 Uhr. Wir liegen im Hafen von Las Palmas auf der Kanareninsel Gran Canaria. Im Moment haben wir 17,3 Grad und keinen Wind. Aber werde ich 0 kmh an Wind. Heute ist der große Wechsel. Mindestens zwei Drittel verlassen das Schiff. Und es kommen sehr, sehr viele neue Gäste. Wir sind am Frühstück. Es ist 8.35 Uhr. Und am liebsten. Ach, acht. Im Palantik das war. Viele sind schon weg. Heute ist ein Gehen und Kommen. Alles neue Gäste. Mindestens zwei Drittel. Der Ausblick von Alatikasuang im Heck. Deck 5. Überall liegt praktisch hinter uns. Das ist unser Wetter um 9.45 Uhr auf Gran Canaria, der Hauptstadt Las Palmas. Hier hinter diesen Häusern ist der Strand. Wir gehen gleich aber zur Altstadt. Zum Beiko de Sanctevo. Nach einem wundervollen Tag mit abschließendem Umzug der drei Heiligen Könige sind wir jetzt um 18.45 Uhr wieder an Bord. Der Mein Schiff 1. Wir gehen gleich jetzt los mit der Seenotrötungsübung. Deswegen ist es auch schon ein bisschen leer geworden hier im Alatikasuang. Und das ist dein. Mh. 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 Meine Liebgester und Süche haben jetzt die Hymne live. Musik Die Aida Blue verabschiedet uns. Du bist ein Kind der See und die Welt liegt dir zu Füßen. Dein Horizont erwacht und die Nacht lebt jeden Tag. Dein Stern steht über mir zwischen Himmel und dem Meer. Der Puls fragt der Gezeiten, führst du mich zu dir? Ich denk so oft zurück an dich, als du meinst, so weit zu weit. Setz ich meine Wege, bist du für mich da? Oh, so weit. Ich hab mich an dir gezeht, du hast mich in mein Herz geträumt. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Große Freiheit, ich hab mich an dir gesetzt. Du hast mich in mein Herz geträumt. Alles ist schön, dich wieder zu sehen. Was geht los? Wir haben Sonntag, den 5. Januar 2013. Es ist genau 10 Uhr und 3 Minuten oder 22.03 Uhr. Unsere Fahrt geht nach Agadir. Morgen ist Seetag und am Dienstag sind wir in Agadir. Bis zum nächsten Mal. Wir. We your. Wir. Wir. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Mein Schiff 1. Die Reise in den Urlaub hat begonnen und das ist eine ganz tolle Sache. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Reise, was Sie sich ausgesucht haben, ist wirklich wunderbar. Sie kommen nach Santa Cruz, zuerst noch nach Agathe, dann nach San Sebastian, Aresiv und dann geht es noch weiter. Das ist doch fein und dann haben wir schon wieder Last Palace. Zuvor möchte ich Ihnen noch ein bisschen was sagen, was wir hier hinten am Schiff bieten und welche Mitarbeiter wir hier haben für Sie. Und zuerst würde ich darum bitten... ... 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